immer wieder aufs neue finde ich es faszinierend wie kleinere kinder die fähigkeit besitzen über dinge zu staunen von dingen begeistert zu sein einem kind muss man das staunen nicht beibringen die welt ist spannend und aufregend es gibt so viel neues zu entdecken jedes neue tier jeder neue ort der schnee im winter jedes geschenk zu weihnachten wenn ich darüber nachdenke dann kommt mir oft der gedanke gott hätte die welt ja eigentlich gar nicht so vielfältig schaffen müssen er hätte nicht zigtausende von verschiedenen pflanzen bäumen und früchten erschaffen müssen er hätte die natur nicht so vielfältig machen müssen reines flachland hätte es auch getan aber nein gott hat sich dafür entschieden berge zu erschaffen die wunderschön sind warum weil er uns über etwas über sein kreatives wesen zeigen wollte und weil er uns zum staunen bringen wollte und ganz verlernt haben wir es als erwachsene doch auch noch nicht oder immer wieder wenn ich draußen in der natur bin versuche ich bewusst die bilder der natur auf mich wirken zu lassen manchmal bedarf es aber auch keiner großen anstrengung weil die schönheit dessen was man sieht einen dermaßen erschlägt dass man fast gar nicht mehr anders kann als darüber zu staunen für mich persönlich sind das so ganz besondere lobpreis momente wo ich gott einfach mal für das anbete was er ist ein wunderbarer schöpfer ein herrlicher gott doch wenn ich mich jetzt wieder mit kindern vergleiche stelle ich fest dass mir oft die fähigkeit fehlt über gott seine schöpfung und sein wirken zu staunen das staunen wird immer wieder abgelöst durch ein ach ja das kenne ich ja schon oder durch ein ja es ist ja alles schön und gut aber meine probleme verschwinden dadurch jetzt auch nicht vielleicht geht es dir da so wie mir und der blick auf gott wird getrübt durch all die probleme mit denen du dich herumschlägst und ich gehe mal sehr stark davon aus dass nicht eine person die diese andacht gerade schaut völlig frei von problemen ist der eine mag etwas unbekümmerter zu sein aber vielleicht gehörst du auch eher zu den schwermütigeren menschen zu denen auch ich mich zählen würde menschen wie wir müssen das staunen neu lernen und neu zulassen und das ist ein prozess wieder etwas mehr von dem staunenden kind in sich zuzulassen aber es ist wichtig weil es unsere perspektive verändert auf gott und auf das leben wir haben es irgendwie gelernt alles tot zu erklären und zu analysieren aber das pure staunen über gott sollte seinen platz bei uns nicht verlieren im zweiten buch mose kapitel 15 finden wir ein wunderbares beispiel vom volk israel das über seinen gott staunt gott das volk gerade aus ägypten herausgeführt und die ägyptischen verfolger zunichte gemacht und daraufhin stimmen mose und das volk ein lied ein und in vers 11 heißt es wer ist wie du unter den göttern o her wer ist wie du gewaltig und heilig gepriesen als furchtbar wunder vollbringend natürlich ist das eine rhetorische frage niemand niemand ist so wie jahre wollen die israeliten damit sagen und daran möchte ich uns heute morgen einfach erinnern wir haben einen gott der unter uns gegenwärtig ist der gewaltig heilig als furchtbar gepriesen und wunder vollbringend ist er ist genauso präsent wie vor 2000 jahren lasst uns bewusst immer wieder ruhepausen nehmen um über diesen gott zu staunen er ist es der alles große vollbringt nicht wir menschen er gebraucht uns aber er ist gott der allmächtige das sollte uns doch ermutigen oder in diesem sinne wünsche ich dir ein gesegnetes wochenende